Das ist jetzt der erste Moment, in dem die Sonne gegen 9 Uhr ein wenig durch die dichte Wolkendecke hindurch scheint, bei 13 Grad Celsius. In der Nacht und jetzt sind es schon wieder 15 oder 16 Grad bei ebenso 15 Grad Wassertemperatur. Hallo Sküllo! Jetzt ist sie ganz durchgebrochen. Und dann ist sie ganz durchgebrochen.